So, gleich wissen wir, wer für das Team Alice ins Finale einzieht. Claudia oder Marielle? Seid ihr bereit? Nein. Dann warten wir noch. Jetzt bereit? Okay, jetzt. Okay, gut. Dann dreht euch bitte um. Die letzte Entscheidung. Wer darf ins Finale? Claudia oder Marielle? Wer wird die fünfte Finalistin? Wer wird für Alice um den Titel kämpfen? Zwei so starke Sängerinnen. Wie haben Sie zu Hause entschieden? Können wir das jetzt bitte auflösen? Ich kann nicht mehr. Ich auch nicht. Jetzt. Und, und. Wir haben ein Ergebnis. Es ist Claudia. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Unsere Finalistin für Sonntag. Für das große Finale im Team Alice. Aber vielen Dank natürlich auch an Marielle. Bedrückt dich. Hey Marielle, ohne Scheiß. Das war so cool mit dir. Mega, dass du dabei warst. Unser jüngstes Talent. Also bitte auch noch mal Applaus für Marielle Kirscherl, die leider nicht weiter ist. Ja, 16 Jahre. Tja. Sie bist so weit gekommen. Und somit steht tatsächlich unser Finale für nächsten Sonntag. Ja. Wir haben es gerade gesehen. Für Alice tritt an Claudia. Für das Team Marc. Fidi Stein. Dann Doyen. Dorisbrun.